NFB zahlen deutlich besser als erwartet. Alles nur so jetzt bei Trade the Star. 190.000 neue Jobs waren erwartet. Geworden sind es sogar 253.000. Auch bei der Arbeitslosenquote gab es eine positive Überraschung. Es waren bisher ja 3,5 und es wurde erwartet, dass es auf 3,6 ansteigt. Es waren aber sogar 3,4, also sogar besser geworden. Und die durchschnittlichen Stundenlöhne 0,3 war die Erwartung eh recht gut, aber es sind sogar am Ende 3,5 geworden. Wie schlägt sich das nieder? Erstmal mit doller Stärke. Das ist sehr schön. Euro USD ist auf wieder 1,0974 jetzt gerade runter. Da sehen wir jetzt die aktuelle M15-Kerze und der Euro USD ist somit wieder unter den 1,10. Das ist schön für den Euro USD, aber nicht ganz so schön für mich, weil ich muss trotzdem erstmal warten, dass es rauskommt. Hier sehen wir es nochmal im H4-Chart. Wir waren ja in der letzten Zeit öfters mal etwas über 1,10 Richtung 1,11 gehen. Manchmal waren wir auch wieder ein bisschen drunter, deutlich unter 1,10, aber sind auch nicht wirklich gefallen. Wir sind immer noch in der Sideways-Range drin. Und es ist tatsächlich so, wenn ich hier im M5 vorbeischau, dann denke ich mir, ui, da ist was passiert. Schaue ich es mir aber im Tagesschart an, dann merke ich gar nicht, dass es NFB ist. Ich habe es mal versucht zusammenzufassen. Hier den wichtigsten Support-Becken. Ich habe es jetzt, damit es ein bisschen schneller geht, schon im Vorfeld eingezeichnet. Also ich habe mal diese Steve hier genommen als den untersten Bereich von diesen ganzen Widerständen und Unterstützungen. Und ich habe dieses Hoch hier genommen mal als oberen Bereich. Da tauchen auch diese ganzen Dinge schön rein. Aktuell sind wir auch an der Stelle. Und das ist für mich das Support-Becken, wo man aufpassen muss. Wenn er jetzt hier reinbricht, ist alles recht und schön, aber die Gefahr ist eben, dass wir jederzeit hier drehen könnten, weil wir haben hier schon sehr oft jederzeit gedreht. Interessant wird es erst, wenn all das nach unten bricht und wir auch den 50er Daily brechen per Tagesschlusskurs. Also ist es für mich eher interessant, diese NFB erst nächste Woche zu handeln, wenn es sich durchschlägt, weil es ist ja auch so gewesen, dass wir jetzt erst die FED hatten, die EZB hatten und natürlich da viele sich zurückgehalten haben. Aber jetzt ist die NFB-Zahl da und jetzt liegt wirklich alles auf dem Tisch und jetzt kann der Markt möglicherweise auch endlich aus sich rauskommen. Und das sehen wir vielleicht auch erst heute Nachmittag, wenn dann die Wall Street aufmacht. Aber für mich wird es wichtig sein, wenn es jetzt nicht ganz klar wird im Euro-OST, dann greife ich ihn nicht an, warte aber, dass er fällt. Weil wenn er fallen würde, würde ich ihn trotzdem anfreuen, ohne Short zu sein. 80 Bips ist nicht viel und dann hätten wir einen wunderschönen Daily-Kloss hier unten und dann ist wirklich ein Short-Signal da, was ich dann auch nächste Woche nutzen kann. Das würde auch im Tageschart sehr hübsch aussehen, wenn das runterkommt und sich die Boll-Inscherpenz eröffnen. Und im Wochenchart, wo wir jetzt auch seit einigen Wochen nicht wirklich mehr weiterkommen und immer wieder so Dochte nach oben setzen, wäre natürlich eine rote Wochenkerze, die auch einige der alten Tiefkurse verschluckt, auch insgesamt ganz wichtig. Also die 1,09 um den Dreh herum sollte man sich hier erstmal rausstreichen. Was man jetzt traden kann, wenn man doch kurzfristig agieren möchte, ist natürlich doch den Bruch unter den S1. Wir sind jetzt mit der M15-Kerze der aktuellen bis zum S1 runtergekommen. Man könnte jetzt sagen, wie wir das immer machen, hier ist das Tief der unmittelbaren Bewegung, vorausgesetzt, jetzt wird jetzt bis 14,45 nichts mehr Tief, aber ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben schon 42. Und wenn es darunter schließt, oder wenn es jetzt so bleibt und danach darunter bricht, könnte man versuchen, natürlich dieses Stückchen weiterzuhalten. Hier würde auch S1 und auch der Mumfle Bivelbon gebrochen sein, was ganz interessant ist kurzfristig. Aber ich würde trotzdem nicht viel weiter gehen wie bis zum S2 oder bis zum 50er Daily. Das heißt, wir haben, wenn ich jetzt hier Short gehe mit einem knappen Stop von 20 Bips, hätte ich bis zum S2 schon 40 und bis zum 50er Daily dann 65. Dann würde das für einen kurzfristigen Trade sicher passen. Aber notwendig ist es nicht, weil man kann das ohne weiteres auch auf den längeren Timeframes machen und erstmal den Tagesschlusskurs abwarten. Schauen wir ganz kurz bei den Indizes noch vorbei. Die Indize ist natürlich etwas stärker, es geht jetzt im Dau hier leicht nach oben, aber das ist nicht wirklich eine große Bewegung, die wir hier aktuell sehen. Es ging zunächst, hier haben wir es im M5 sogar kurzzeitig mal runter. Das waren aber nur 50 Punkte, dann ging es plötzlich wieder 40 Punkte nach oben. Oder insgesamt haben wir jetzt seit 14.30 Uhr eine Preisspanne gesehen von guten 100 Punkten. Also nicht wirklich jetzt der Redewert. Und wir sind auch hier langfristig gesehen auch in dieser großen Range drin. Was man jetzt tun könnte für den Fall, dass der Dau heute doch nochmal runterkommt, weil wir ja hier diesen Bereich hatten, diesen nennen wir ihn mal auch wieder so, das ist eher unser Widerstandsbecken jetzt. Aber wir haben hier den Durchbruch gesehen, haben hier genauer raufgetestet auf diese Hochs hier. Wir zeichnen das nochmal hier ein. Das ist der Manfly S2 auch gewesen gestern und auch diese alten Hochs. Genau reingekommen, von hier aus wieder hoch. Also wenn wir jetzt nochmal so einen Final Short probiert, könnte man es kurzfristig hier machen. Könnte über den 50er und über diesen Zwischenhoch stoppen. Da sind wir irgendwas bei 160 Punkten. Wird das die von gestern wieder erreicht, sind es 400 und kommt die nächste Stufe bei 32.670, haben wir schon 700. Gleichzeitig aber gerade diesen Fehlausbruchhandel wäre interessant, weil wir zum Beispiel, wenn ich jetzt mal zum DAX schaue, beim DAX sind wir gestern gar nicht drunter. Beim DAX sind wir gestern relativ stabil geblieben. Das sieht sogar insgesamt ganz gut aus. Also könnten Indizes, sie müssen gar nicht fallen. Und ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, jetzt den Dau großartig zu shorten. Einerseits, weil er ja wegen den Daten vielleicht auch hoch geht. Andererseits, weil wir zwar den Dow gestern gebrochen haben, aber viele andere Indizes, auch der Nasdaq als US-Wert, gar nicht. Also der Dow Jones hat hier so ein wenig Fehlausbruch gemacht möglicherweise. Und gerade dieses Fehlausbruchssignal könnte vielleicht für heute Nachmittag dann interessanter werden, wenn jetzt die Wall Street dazukommt und die Indizes steigen sollten und wir nach oben gedrückt werden. Wenn wir zum Beispiel wieder ober dem 50er Daily und oberhalb des Widerstandes, also so oberhalb von 33.500 circa, wenn wir da einen H4-Kloß machen würden, dass man dann einfach nochmal so eine kleine Freitagsrallye vielleicht mitnimmt, um am Ende, weil wir sind ja am Ende, haben wir eine sehr rote Wochenkerze bereits, Monatskerze übrigens auch, aber Wochenkerze vor allem. Und die könnte ja ein wenig entschärft noch werden, weil hier ist sie sehr rot. Zum Beispiel im Dow Jones, wenn ich mir das aber im DAX anschaue, die ist fast schon wieder grün. Also beim DAX, der ist vielleicht für Long Trading aktuell interessanter, weil er halt irgendwie hoch geht. Aber das Problem beim DAX ist halt Setup-mäßig in dem ganzen Salat hier ist es recht schwierig. Und es sind halt doch US-Daten und US-Session, also würde ich dann doch lieber sogar den insgesamt schwächeren Dow nehmen aktuell, weil ich da wenigstens die Option habe, einen Fehlausbruch zu handeln, was ein schönes Signal ist und gleichzeitig das auch charttechnisch um einiges besser festmachen kann. Wir sind erstmal durch hier für den Trade des Tages heute zur NFB. Wir hören uns gerne wieder am Montagabend um 19 Uhr zu Trading am Montag zu unserer Wochenvorschau hier auf ALB. Einfach auf die Homepage von ALB, ALB.com gehen, dort gibt es den kostenlosen Anmelding für dieses Live-Webinar. Erstmal alles Gute und ein wunderschönes Wochenende. . Vielen Dank.